hallo ich bin's der matthias heute möchte ich euch meinen vier neuen mitbewohner vorstellen das sind das kubanische riesenblattschrecken zwei pärchen 2.2 diese können eine gesamtlänge von 9 bis 10 cm ein werden aber ziemlich groß das heißt sie wollen auch ein größeres tarium sind eher dämmerungs- und nachtaktiv aber wenn ihr futterpflanzen einbringen neue gehen sie auch tagsüber daran und vor allem wenn ihr sprüht sind sie auch unterwegs sie ernähren sich hauptsächlich von himbeer bombeer auch buche und eiche wird gern angenommen und auch rosengewächse das weibchen legt nach der paarung 30 bis 100 eier diese an den pflanzenstängeln nebeneinander ablegt und bis zum schlupf dauert es dann circa drei monate auf jeden fall sind das sehr interessante mitbewohner die wunderschöne sattgrüne farbe ist wunderschön macht schon mal sehr noch das aussehen sehr spannend dass das video gefallen hat das bitte einen leichter bis zum nächsten mal danke ciao Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020